Herzlich Willkommen zu einem neuen, horrormässigen, ängstlichen Let's Play, Dead Space. Ein grosser Dankeschön an den Personen, die das letzte Video bewertet haben. Und wenn ihr mehr wollt, lasst doch einen Like und einen Kommentar, um das coole Let's Play von Dead Space zu unterstützen. Hey, wir sind das letzte Mal abgesäkelt oder davor gesprungen von dem Jäger, wo wir ja in der Krankenstation oder Labor die Mittel, Gegenmittel, zusammenwischen, dass unsere Atmosphäre ja verseucht wird. Und wir sind immer noch dran, den Fond wegzuhäkeln. Und ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass der irgendwo noch da ist. Aber um den zu vernichten, müssen wir sein DNS holen, das zu mischen oder zu mixen und das sehr schade bekommt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und hoffen, dass er uns nicht erwischt. Komm. Nein, nein, das fällt mir schon jetzt nicht. Nein, nein. Er kann irgendwo überall... Wow, ey, ey. Was ist das? Ihre Machtlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalmen und lassen einfach nicht los. Wir halten an dem fest, was anst ihre Welt war. Weil sie gehört jetzt den Kindern. Was für Kinder, Mann? Du Wahnsinniger. Was wieder Tod ihre Geburt bedeutet. Jooo. Hören Sie es? Nein. Es kommt. Beten Sie. Alter, wo? Wo, 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 wo? Ich will... Ich will nicht... Wo, wo? Wo muss ich durch? Wo muss ich durch? Wo muss ich durch? Mach auf, mach auf, mach auf. Ich habe keinen Bock. Ich habe schon jetzt keine Lust mehr. Ich habe wirklich keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Warum? Oh mein Herz, fuck. Ah! 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 Ich mussmatle ich dir! W реб好了! Oh, ich muss michuch. Ich muss mich nur auffahren. Oh! 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 Oh, Babys! Flamme werfen! Flamme werfen! Flamme werfen! Oh! Shit! Oh! Shit! Oh! Shit! Oh! Shit! Oh! Bleibt alle am Boden! Oh! Panik! Was muss ich machen?! Wo muss ich ... Hallo? Es ist zu viel! Es ist zu viel, es ist zu viel, es ist zu viel, es ist zu viel, es ist zu viel. Ja, oh Baby, geh weg. Oh, ich muss das rausnehmen. Nimm das raus. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Baby, Baby Nato, komm. Baby Nato, komm da hin. Geh weg. Oh, 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 oh. Irgendjemand fährt ständig die Türsteuerung runter. Ich hab das Schloss jetzt überbrannt. Oh, oh, endlich, los. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, es ist schön, es ist schön, es ist schön, es ist schön. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott, wir sind gestorben. Ich kann nicht dafür. Wir werden noch zu kleinern. Nein, das ist gar nicht. Ich hab gedacht, erschienen wir. Ich hab gedacht, erschienen wir. Oh, wir sind riesig. Oh, es ist tief. Oh, es kotzt. Hier ist noch jemand. Hier ist noch heilen. Heilen. Hier ist noch etwas anderes. Oh, es ist zu viel. Es ist echt zu viel. Hier ist noch ein Reloaden. Bei allem. Reload, Reload. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es war einfach zu viel. Hallo? Lebst du noch? Wollt ihr helfen? Gut. Sie, Fräulein. Kann ich Sie irgendwie mitnehmen? Wollt ihr nur helfen? Was soll ich hier lösen? Lösen von der P... Oh, geht nicht. So? 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 Oh. Nein, geht nicht. Egal. Was ist das? So ist das? Wir gehen weg. Ja, bleib dort allein. Geh rein weiter. Wir... Wir verbissen uns. Nein, nein, nein. Einfach keine Bock mehr. Ich habe schon jetzt keine Bock mehr. Wir sind alles wieder da drüber, wo wir das letzte Mal schon da drüber geduset sind. Da. Ich glaube wir sind da drüber. Oh mein Gott. Was, 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 was? Mischen, 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 mischen. Was ist das? Was ist das? Was kann ich dir? Bitte zum Abschluss mischen. Lass nochmal, alter, was ist das, Mann? Ein Psychopath. Mein persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Probant reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kain würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Mareka beschäftigt, als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kain schon seit Jahren tot ist. Mein Probant wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Ja, genau der Wartung. Alter. Ja, jetzt haben wir den Seich. Wir mussten gegen ihn kämpfen. Oh, ich könne. Oder ist das eine Kiste gewesen? Alter, schaut das. Ah, Mann. Der Wahnsinnige. Ja, jetzt müssen wir sich wieder zurücksackeln. Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Oh, Wahnsinnige. Ich weiss, ich weiss. Also, Sauerstoff. Wir segeln wir. Wir segeln jetzt ein wenig schneller. Ich hoffe, dass dir nichts entgegenkommt. Oh nein. Oh nein. Ich bin drückt. Brünn doch. Wieso... Ich geh weg. Wieso geht mein Flammerwerfer nicht. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Du vermessst dich dich dir. Ich hab keine Ahnung. Und die ganze Munition. Oh, ich hab keine Munition mehr. Oh, sorry, ich wollte hier die Dings drücken, damit wir wieder Sauerstoff bekommen. So, ein kleiner... Ja, eine Lenkmal. Wir springen, wir springen, wir springen. Ah, wir müssen schütteln, ja. Ja, ja. So, Munition, Munition. Jetzt fast... Oh, fetter! Er explodiert sicher. Hey, die explodieren doch. Schau! Mach nicht! Ah, sie bekommen so Babys! Oh! Oh, schau! Er ist da! Ah! 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 Ich glaube, wir verrecken. Wir verrecken. Nein! Ja, ja, ja! Oh, tschau! Tschau! Oh, wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft. Ich setze jetzt einfach durch. Und da ist Munition. Oh, ich sehe gleich. Ich seh gleich, es ist schnell, wie es geht. Oh! Go weg! Go weg! Go weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, Babys! Ich sehe gleiche einfach durch! Ich sehe gleiche einfach durch! Ich sehe gleiche einfach durch! Ich brauche nochmal... Saustoff! 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 Ja, ich weiss, Isaac! So, wir kaufen hier gerade ein bisschen Sauerstoff. Oh, das ist Panik pur. Das ist Panik pur. Wir kaufen hier gerade... Komm, hallo. Wir nehmen hier gerade... Luftkanister. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. So, danke. Wo geht's jetzt nicht? Oh, wir sind hier. Wir sind hier. Oh, wieder aktivieren. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann Ihr drin kaum atmen? Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist, ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Er ist wieder da. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt müssen wir jetzt zurückgehen. Los, mach auf! Mach auf! Ich sehe nicht. Hier sehen wir jetzt einfach nichts. Ganz ruhig. Ich nehme einen Reaper. Den müssen wir auch nachgeladen. Einfach nichts. Oh Gott, oh Gott. Ich habe irgendetwas gehört. Ja, okay. Oh, go, go, go. Eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an liess die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie... Leviathan. Leviathan. Das ist tot. Ich weiss auch immer, das ist schon gebrochen. Wie geht es durch? Ich bin manchmal etwas verwirrt. Was soll ich denn? Panik. Ich weiss einfach manchmal gar nicht, woran ich muss durch. Jetzt. Links. Links. Rechts. Links. Da. Rechts. Wir sind wieder... Ah, wir sind wieder da. Ist das... Dito oder... Wo? Eben da? Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Danke. Jetzt. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geht zurück zur Monorail Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, ihre Einstellung zu bewundern. So deplatziert sie auch seinen Markt. Ich glaube, sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Nein, ich will keine Züge sein. Ich will da gar keine Züge sein. Oh, jetzt müssen wir da durch. Einen anderen Weg. Oh Gott. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Nein, definitiv nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss noch schnell die Kiste. Ich brauche Munition. Und so brauchen wir dringend. Oh, für Flangenwerfer. Mauli mauli. Ob das gut kommt? Jetzt geht es wirklich schnell zum Monorail. Das weiss ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher. So, geben wir nochmal. Haben wir von dem genug? Wenn wir nachladen. Sehr schön. Da. Schränkeli. Schränkeli. Äh, sie. Ah, wir türen auf. Schau. Schau diesen... Der Hund! Vielleicht werden wir jetzt verstehen. Ey! Alter! Was für ein Werk, Mann! Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spätesdienung. Ich habe sie einfach töten, ja. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren. Und ich werde ihre göttliche Pracht auf dem Ganzen verbreiten. Die göttliche Pracht sieht anders aus. Ich überlasse sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen sie sich dem Unausweichlichen. Ich bin ein bisschen Reaper. Oh! 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 Was ist los? Oh! Babys! BabyNators! Schau weg! Ich habe keine Zeit. keine Zeit zum Spielen. Bleib in Ruhe! Bleib in Ruhe! Wo bist du? Ich muss ja etwas aktivieren. Oh, da lebt noch! Es lebt noch! Slapp doch! Kussige! So! Oh nochmal, nochmal, drrrrrr! Oh voll sch***! Mann! Oh! Ah! Ah 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 ah! Sch***! Nee! Ich muss glaube ich irgendwie drinnen zwingen Komm! Komm! Kann man nicht langs... Nicht irgendwie! Oder? Jawoll! Erfolgreich beendet! Der Patient wird transportiert! Ja, ich verpiss dich mit dem! Oh, jetzt habe ich eins! Geben wir das! Hoffentlich war das das letzte was wir von diesem Ding gesehen haben! Ich konnte Mercers Sicherung umgehen! In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail Station die dich zu den Hydrokulturen bringen wird! Hoffentlich reicht uns die Zeit! Ich hoffe es auch! Oh! Zum Glück, ich habe gar keine Ahnung was ich machen muss Aber ich habe mir schon festgestellt, dass wir ihn einfrüren müssen! Oh! Aber jetzt sind wir den Jäger los! Es hätte schlimmer enden können! Definitiv! Nur schnell reloaden! Dann gehen wir weiter! Dann gehen wir weiter! Dann gehen wir weiter! Dann gehen wir zum Wunderrail! Zurück zum Wunderrail! Dann gehen wir weiter! Dann gehen wir weiter! Er sagt, dass es alles sicher ist mit diesem Gang! Ich weiss ganz genau! 100%! Irgendetwas! Okay doch nicht! Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Gang ist! Kann das etwas Schlimmes sein? Definitiv etwas Schlimmes sein! Aber Leute! Ich würde sagen, wir machen einen Break! Und ich hoffe, ihr waren alle so voll aufgeregt wie ich! Aber wir haben ihn besiegt! Wir haben ihn besiegt! Und jetzt gehen wir mit dem Wunderrail weiter! Und dann sehen wir, was weiter passiert hat! Also ich würde sagen, Danke fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Und tschüss!